Ja, er regt! Ist das Ninja oder Uppuret? Wer? Wenn Uppuret das in seinem Spiel ist. Oh, look! Rhythmus und Oplus! Aaaaaah! Da kommt's! Hey! Hallo mein Geist, mein Abo-Luz mit Marvina-Käpfchen-Alb Und willkommen zum neuen Stream heute mit Erics21! Juhu! Ich mache heute auch noch einen Late-Fight-Stream um 7 Uhr. Ich hab sogar schon einen Thumbnail bereit gemacht. Okay. Ich wollte eigentlich gleichzeitig starten, aber er versucht heute einen 6-Stunden-Stream, gell? Ja, ja. Und ich einen 12-Stunden-Stream und ich lande hier, weil ich eine Scar sehe. Auf dem Main habe ich eine Scar. Ich hole hier die Pampel! Ich hole hier die Pampel! Ja, warte! Da! Eric, hol dir die Pampel! Weil ich bin hier in Main auch schon übel zum P. Halt, hier liegt AR. Warte, komm schon. Okay. Leute, nur zu hinten, wo ich werde jetzt dann doch... Warte, hast du schon auch sehr hasse. Ein Zuschauer von... Oh, Bigness, Bigness, Bigness! Also wenn... Warte, ich warte bis Mini-Shield ist, okay? Sorry. Sorry, dass ich die ganze Zeit unterbreche. Ja, warte schon. Ich habe Taktikel. Okay, such mal für mich bitte Minis. Oh, ich hab jetzt schon was, ich hab was! Was? Uh, okay. Ich hab grad gelenkt, ich hab grad da noch das Ding. Na, dann sag ich halt jetzt schnell ein Bigness. Boah, ja, hier. Oh Gott, Scheiße, der ist bei mir glaub ich. Oh Gott! Soh, ich muss grad die Treppe kaputt machen, vorbei! Nicht so hier! Darf ich bitte dir die? Ich kriege ich, ich bin! Ja, Mann! Komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch! Danke, dass du die Treppe abgebaut hast, das wir nicht, ne? Ja, ich hab doch recht gesagt. das das ist ein Meteorit beim Spieler eingeschlagen ach so Erik mehr hab ich mehr hab ich nicht gefunden ich geh mal da rüber hier das werden die abgeschossen werden warte ich geh es hier holen ja aber nicht oh scheiße ich hab mein ganzes Schild da muss ich ganz hinnehmen weniger Alter was ist das oh solche Bastards das ist einer das ist einer ich komm zum Jumper mit oh no wuh eigentlich wuh wuh Achtung oh ja klar mhm fuck alter was für ein Camper geil hi hi oh oh drück mal bereit ja und kommt da mag max max film wenn leon hast du uns eigentlich schon ab ja max hab ich aboniert ich hab ich glaube ich nicht aboniert geil bist du bist du ja das macht es kopf zu ich weiß ja ich weiß ich soll rein in jahren darf ich mitmachen wenn du sagst du wer du bist das bin ich das bin immer auch ich und wie du heißt dann ja was ja 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 aber es war das kopf das das ist das das ist ist das 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 ist das 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 ist das Haus. Mein, mein weißes Haus, mein weißes Haus. Ich bin Obama. Oh mein Gott, Legendary Scar. Was los? Ja, schwerste Koste, immer, Lechi Scar. Ne, ich bin auf so einem Berg. Das ist mein Obama Haus. Obama, Grüße gehen raus. Ich habe es, Kopf da her. Obama, falls du kill auf mich aus, grüße. Ja, für Obama, ich bin Obama. Oh mein Gott. Oh, er hat mein Respekt. Ich bin ein Obama. Warum springe ich auch, dann krieg ich ja mehr damit. Ich habe ein Tactical für jemanden. Also ich weiß nicht mehr ganz, äh, Legendes. Ich habe ein Tactical für jemanden. Ja, für mich, obwohl ich eine Legendary Scar. Oh mein Gott, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Heavy Pump, Heavy Pump, Heavy Pump. Erich hab's. constant. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab ein Heavy Shotgun. Trinke ich die Heavy? Ich hab auch eine Heavy Pump. Ich hab's. Ist das möglich? Ja, stimmt das ist das jetzt. Trinke ich die Heavy? Ne, ich hab's doch nicht. Erich hab's auch. Ärich hab's. geschockt dran warte warte vielleicht krieg ich auch eine heavy nee aber ein big schilder ich hab's nur noch bei der händen kommt im griechischen wenn jemand die mann machte ich kriege ich mini kriege ich mini war ich hab ein big nicht gefunden und ein millionen schlürfisch bitte ja was hat jemand bei das hat jemand bei das hat jemand bei das hat jemand das machen wir uns mal abrufen warte zuerst braucht bandagen auch habe ich selber ja aber nicht aber nicht so viel und bei mir doch allein im ende haus ja ja so jetzt habe ich 200 gleich ich habe auch 200 oder er hat mir auch nur so mit dem dach gelandet vielleicht einfach noch eine EpiSka alter kipp den mir her das ist mein Haus ne ne der hat keine EpiSka gelesen hey ich habe aber im Legendary Skull das ist kein Troll guck Eric guck mal jemand ja ja Max hat für einen ja lol ich hab schon die Jagd gewährt was für Farbe ah hab ich auch ja bitte er ist ernst bitte ich buste mich jetzt die ganze Zeit oah scheiße die hat jemanden in den Bandagern und Schlierpil oder Mettkill von Dauern hab ich und dann hat er in der Welt 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 und dann ist es mit dem Schiff und dann ist es nur in der Welt lieber mit der Fall hier so hier wurde hochgebaut hier ist ein Lutrop äh Boah äh Jumppad weiß ich wie kann ich Konatik so ist ich will ja noch ich bringe alter der wort aber gut heißt ich hab er recht und der m da haben wir sich angedauert allerdings wir haben nicht da brauchen schon mehr es ist ein guter erraten Sturmgewehr die gegner hat sich bis nach bild aufgetraut ich brauche ich ja ich bin jetzt genau gleich Ich hab echt kein Auto-Slimer! Arriba! Max, warte, ich komm! Hilfe! Ich will weiter, ich will weiter Leon! Max, ich komm, ich komm, ich komm! Ich renne wirklich durch! Scheiße! Du bist auch weit entfernt! Hier nicht! Hier nicht! Hier nicht! Hier nicht! Hier nicht! Nein, Max! Oh mein Gott! Schick, Digga! Schick! Nein, das hat er nicht gemacht! Oh mein Gott! Schick! Alter, so ein Ehrenmann, Digga! Hat jemand Bandagen oder so? Ich weiß, losgezählen! Aber andere nicht! Nein, das war kein losgehen! Ich weiß, aber... Bandagen, Bandagen! Ja, doch! Wo? Äh, keine Ahnung! Max, doch! Alter, jetzt hat der Erik! Ja, Max! Da brauch iche noch. Hat jemandies Neu? Hat jemandies Neu? Hat jemandies Neu? Hat jemand noch Bandagen, das Schild er irgendwas? Hä, doch, was hab' noch Bandagen, genug! Eih, aber ich brauch' noch! Schad' doch! Ich hab' noch! Schad' doch. Schad' doch! Schad' noch Bandagen. Ah, doch! 3 Bandagen! Ja, da hat' doch! Schad' doch! Mini Schild mehr? Ah, Bandagen, brauch' ich n' mehr mehr! Minis! Ach, was ich brauch's nicht mehr? Ja, Minis! weil ich heute mag ja jetzt kann ich nicht mein schild trinken maximus gestorben ich habe gefragt wie ich bin ich danach und ich bin ich rumgerannt und das mit schlägen wir hatten jemand mit der wohnschaft pumpe mir in der hinderkopf geschossen weil er halt hier bei dem lade gekämpft hat halbwegs als ob sie kein automat gibt die gar schweizend loll hier wurde auch noch fast gar nicht gelootet doch und wenn ihr wo ich bin afik auf den pult alle erfüllen nun haben wir den g4 30 reich schlacht nach dem ersten anrufen und abwarten abwarten und er ab ab das ist ein der gebürtel spieler ne darf ich nicht ha also es gibt auch welchen 12 ab 12 warum das du nicht darfst ne äh das ist er schafft 16 bei Indoor wo er hingehen will der Rd so wird der Antimed egal ob er nicht so Antimed nein das mache ich da ich muss klein auf mein fahrrad gestellt hat wo mein fahrt macht einmal noch mal wir haben halt eine Entstellung auf äh Bauprow 3 ist nur äh weil sie geboren sind echt die das bleibt aber ja ich muss unsere Teep jetzt ich muss unsere Teep oh mein Gott es besteht auf die No Ich kenne jetzt Ah! 3 Leute haben wir uns... 3 Keebles haben sich getötet. Er hat's so zu sehen! Warte ich hab 3 Keebles. Oh mein Gott... Na kurz hast du irgendwie... Das war die Schiff gerade wo ich schloss. Achso, vor mir vor mir geht noch. Wo bist du? da hinten ja ich komme ok warte leeren schuldig 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 hier hat mich weiter weit drei mit der auf ja nur aber ich kann nicht mit dem weg geht nicht, der andere Typ hat ihn schon Alter, das schlagt die Midi, oh die ganze Nein Oh, ich hab wie nie so einen Schlürfchen Das wäre so, dass wir hier warten, ja, du hübsch Oh mein Gott, ah 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 Oh, mir ist gerade Gegner und ich krieg einfach was und dann check das nicht Komm, ich pusch, ich pusch, ich pusch Mach ich auch, ja Ja, ich pusch, ich pusch, ich pusch Brauche ich nicht Ich geh nämlich pusch Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich Scheiße, was? Ich komm, ich komm, ich komm, ich versuch Ja, komm, Akkord, komm, Akkord Nein, vor mir zu Metc, Max, 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 Max Schill Wirzig Weisig Ich Mann, ich schimm Michael einfach Imiş Warte ich vor, hau zu, ich brauch zu Warte, da vorne liegt m-Madkid Ey, ich lass Gönn, nun kann ich dir ein gerne, gönn dir dann Mattick Oh mein Gott, thanks Bitte Gönn dir das zu, er, 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 er damit ich gehe weiter pushen als jetzt sterbe sagt ein stück ich habe ich glaube ich habe ich glaube ich habe kein gegner was belastend ist es ist der Köln-Gruppe schlussendlich das Klinik macht die Lärmdien und da werden die Lüge und da hat er auch wir haben schon gewonnen So gut wie Haah shit Oh geil, krieg ich irgendwas davon? Spaß Ne, ich bin gut ausgeruschtet Ich hab einfach legendary RPG Legendary Sniper Legendary Star Oh 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 Heavy Pump Blown Heavy Pump Hatsch Eppich da Ja moin Ich hab nicht mehr zu kill Weg 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 Nein, komm 3,2,1 Nein Dasdeck schon mal machen, ja? so geiler leute ich nehme ich gebe ich gebe ein paar grau und gönn mit der energie in der flasche ja das gibt es momentan monster energie nach der französischen abkommt zu mir ich glaube die gibt es jetzt fast überall momentan weil sie jetzt neu ist so monster energy in der flasche mit so einem riesig fette monstern natürliche zeichen richtig cool ja schickt der bild nämlich ja aber bei mir gut dann nicht bereit gezeigt weil nämlich manchmal ist es auch so wenn das so angezeigt wird dass man damit mit in der runde dabei ist herr leon in die spieler sind wachen wenn ich kurze war für die kommende kurz mit nur aufgrund ja das ist ja denke ich schon alle gehen auch sollte haben Lassdorf die Idee von einem Joggedeckern von uns hin und er hat sich in der Nähe nach dem Motto oder warten er jeder schon raus und das wird das wieder okay dass das stunden da ist ja auch ein Automaten also alle sind schon rausgesprungen glaube ich ja ich bin glaube ich der letzte wort springt oder ich war so vorletzten rausgesprungen ich bin aber die scheiß verteilung von und bedingungsfunktion 45 zu 50 danke ich könnte uns wenig noch zwei spiele dann legendern dann wären es 9 4 und vielleicht haben wir nicht mehr da bräuchte Prozent und wir haben ich habe ich habe ich habe er kann sie mir nicht geben oder zwei weil ich habe ein wenig ich habe ich habe nicht meine waffe ich habe zwei kamen warte errichtet leon oder er ich habe was gebeten minis warte wird es gar kommt für wie viel holen so wie viel ich habe nur farmas kröner die menschen und 400 stein eric ich habe 250 ja noch 50 ich habe genug ich habe 400 ich nicht weil ich noch dann 350 holz und wird 6 dort in der Karriere nach dem Weg an den Mann das ist ein und warum habe ich um Prozent nach dem Urschel er war mir Leona, 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 ich hab drei Fragen. Leona, hast du ein Big Shield, ne? Äh, Mini-Shield, ne? Warte, ähm. Ah, Eric, Eric, doch, ich hab ein Schenst für dich. Ey, gib mal ein Big-Niss, gib mal ein Big-Niss, Eric. Elba, was, was bist du? Erich, ich hab ein Schenst für dich. Warte, gib mal kurz. Wirklich, ich muss den Geben nutzen, weil ich hab, ich hab... Ja, warte, sauf, warte, Eric, sauf zuerst noch das. Hey, ich hab doch merkt schon, ich hab schon die Päste. Warte, Timo, äh, ey, komm, kurz, äh, Leon, beim Stehen. Weil ich hab, was hier nicht. Sengst. So, jetzt hat jeder von 200 Außer Leon, der hat 75. Ah, Max. Ne, wo sind noch mal der Automat? Doch, 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 doch. Äh, nein, 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 lass. Hat jemand, hat jemand, hat jemand, hat jemand, hat jemand für die, äh, Munition für die Heavy? Weil ich hab nur 12. Bro. Ja, das ist einfach. So, ja. Ja, Borda. Was? Was hat man euch übersteuert? Naja, auf jeden Fall, wenn ich, dass die Borda jetzt kommt, wenn wir uns eingestellt, so ein bisschen beeilen müsste. Ja, das stimmt. Ich laufe ja gerade schon. Max, ich bin hinter dir. Ja, ich hab drei Schotten und ne Füchte, ich hab scheiß Waffe, ich hab drei Schotten und ne Füchte, ich hab scheiß Waffe, ich hab drei Schotten und ne Füchte. Ich hab ne Füchte, die, äh, die, äh, die Dings und ne Revolver. Ja, ich hab nur zwei Waffe, ich hab eh. Ich hab nur zwei Waffe, ich hab eh. Ich hab nur hin, ist ein Wunschob. Ich hab einfach, lol. Wo? Geh ich da nur ab, weil ich hab drei Pants, nur, und ne Füchte. Ja, ja, guck mal da hinten auf dem Berg. Ja, ich hab nur sechs, drei, fünf, drei. Ja, ich stand. Oh, ich will ne Skadiger. Ich hab so lange keinen Goldene Heavy mehr. Ja, welche Ping habt ihr? Was? Das steht ganz oben, rechts, neben dem, äh, neben dem Spielraum. Das steht ganz oben, rechts, neben dem, äh, neben dem Spielraum. Da ist links von mir. Was steht jetzt bei mir Ping? Hä? Bei mir steht, äh, Kronekillerfischunger-LB. Ja, rechts, neben dran. Ist gar nichts. Und nun dran steht 6E612DD43AFA478EAD2, äh, 5279ABB5A, äh, äh, 7878EAD2, äh, 5279ABB5A, def. Ach, A5F EF. Kel bitte gibt mir das gar warte gesetzt scheiße epic sniper ich hab drei fans alter äh ich mein legendary sniper nee 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 warte erich ich hab noch was anderes für dich kommen mit mir erregt hier ganz allein im raum will ich ein geschenk geben netter ja stimmt nein wieso willst du es einfach schuss Leon ich hab drei fans ich hab drei fans ich hab drei fans warte max wo ist der scheiß typ hallo drop oh fuck was der typ vor dich gesnipet hat Digga keine ahnung nein nein ich hab die ganze gewundert wir haben die Schacht geschossen Da unten sind welche und ich kann sie jetzt hierher treffen, weil ich schnitze. Juhu, der goldene Heavy. Was schluss? Achtung Max! Herr Leo, da unten sind welche. Was schaffst du mehr? Ich schwör. LOL spielt Double Heavy. Warte. Spiel mal Headshot. Spiels Double Heavy. Emo, die Legendary und Emo, die Epic. Und grad Ewa hab ich noch. Scheiße. Haben sie abgelenkt, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich kenn so eine Waffe. Also, das ist ein 2. Das ist ein 2. Hab beide, hab beide, hab beide. Was? 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 Nein! Egal, erstmal looten. Jetzt Triple Heavy Spiele. Juhu, hu. Warte, ist mir egal, ich muss Verschiele. Ich hab die Minis. Ich hab die Minis, die ich ja halb. Warte, ich hab, ich hab. Was liegt hier für ein scheiß Loot rum, digger? Erik, gönn dir. die die drei habe ich gerade alles selber gekillt ich kann mir gerade die autos leipen die mini ja alter erich ich habe die ganze lute dort von den drei leute habe ich die drei leute habe ich einfach gerade mir gesnackt alter und stück ja aber warte wo liegt hier irgendwo eine blaue AR toll also hat so geile loot aber keines gar toll hoh bisschen zu viel action war so viel kill zu haben ihr habt alle keine kill zu sich er hat auch keine kill nix und dann ja ja gut wo ist der andere digga dort mir gerade einfach irgendjemand richtig heftig ein kill abgestaubt mein last kill wo ist der wo ist der ja drei kills war richtig scheiße gespielt von mir aber die aufregung war die eskalation die halbwegs eskalation ich muss jetzt auch hausaufgaben machen aber danach mache ich komme ich auch hier hat sie noch auf ff gaming wer ihnen das ja es ist gaming ganz ruhig mitmachen wenn ich weiß wer du bist ich will mir noch warum wir auch einfach einander und zwar ist es aber ich habe meinen Namen, wie meinst du eigentlich auf deinem Kanal? Erichs 21, so wie es da steht Ah ok, was mag ich denn gerade? 10 Apos Leon ist Stream, also nach der Hausaufgabe komme ich auch noch im Stream Ja Ich bin nämlich um 83 geboren Edge Zu Finish am Beginn undvest Ja siz Heri Eric Ich will termop Student Nikki Aber dann wird eh drauf Ist qué Ska leした Ska no da Ja schau mal in der Lappen mal. Uuuuuh. Den hole ich mir auch. Dann mache ich Best Mates weg. Weißen, wir fehlen 150. Der ist für Battle Force. Oh, du Lappen, alter. Dann kann ich... Warum nicht? Er geht weg. Schweizer, lol. Ich finde, er geht einfach nicht. Also, warte. Gleich ohne. Ah, doch jetzt. Äh, Video ist 10 Abomenten. Ja, ich geh mal kurz was zu finden. Äh, Leute, das ist der Hobby und endlich weiter. Sieht das aus? Ja, warte mal, geht elektrisch abläuft und endlich weiter. Äh, äh, das ist, äh, mein Schwung Wax, mein Schwung Wax. War bei mir mit die Tarend des letzten Autos. LOL, Alter, oh. Ja, ich mach da auf die paar Stunden dann die Tacht gespielt. Das ist geil, Alter. Ja, ähm, tschüss, Eric, ich geh mal kurz was zu finden holen. Nee, und ich komm gleich noch mal. Aber ich drück, bin ich trotzdem bereit. Alter, ist sauber, geil. Besser, ey, das wird der beste Stream ever. Boah, Alter, wenn ich heute noch 60 Wax grün, wenn ich die was dann passiert, dann krieg ich die Farbenbomberin. Kann ich mal die Farbenbomberin holen, aber ich hol's immer wahrscheinlich schnell frei. Ich, äh, komm in 22, äh, äh, in 19 Tagen, äh, jetzt hat's aufgehört. Jetzt erst. Nee, in 90 Stunden. In 90 Stunden. Ich komm in 19 Tagen, äh, wieder Vorbank, und dann hol's mir Battle Pass. Ah, ey, warum, äh, warum spielst du denn einfach nicht die Welt? Ey, was? Warum spielst du denn einfach nicht die Welt? Ich spiel kein Rett in die Welt. Herr, warum grüßt dann 50 Tage 100 V-Bucks? Nein, weil, denn ich bekomm in 19 Tagen, äh, zu meinem Geburtstag, V-Bucks. Ach so. Ja, okay, ich geh dann jetzt. Ciao. Ciao. Später. Ciao. Später. Ciao mit E. Alter, ich hab keinen Bock in dem Vascow zu rennen, mir, äh, Monster oder so, also Energy zu kaufen. Äh, deswegen, hm, mach ich mir gleich einfach Kaffee mit extra viel Milch. Damit das auch schmeckt. Und ich spielte Hexe mit meiner Schwester und so. Was? Ich spielte Hexe mit meiner Schwester und so. Ist heute Hexnacht? Ja, heute ist Hexnacht. Echt? Ja, und heute war die Aschule. Oh, stimmt. Wann war's heute? Was geh auf? Der ist schon auf. Ja, okay, dann gammel dich mal bei Nils, ob man mit deiner Schwester halt rumlauft und noch mit der andere, oder ob man nach Dingmatt fahren zu den, zum Kiki und so. Lässt du Kiki? Lässt du Kiki? Lässt du Kiki? Lässt du Kiki? Der Kiki? Ne, ich kenn schon nötige Mädel aus meiner Klasse und so. Aber ich will jetzt keinen anderen Namen erwähnen. Äh, was? Ne, das. Was? Also, ich so dumm bin das ein Wetter. Kennen kommt er, ja? Ich hab heute mein Schwester in den Fuß getroffen, im Wurwürf. Woll was, weil wir halt heute frei. Also. Ich war beim Schleppchen und hab mal was kaufen. Erik wollte eigentlich mitkommen, dass mir unsere Curry-Frikadelle holen, aber dass er ankommt. Hab ich mir Pommes kaufen. Ey, wer ist denn mit, äh, wo ist denn Erik hingang? Ist ja da mein Schwester klar. Ne, wie ist denn? Hm. Weil ich glaub, ich hab mir heute gesiegt. Ich muss belassen. Drück mal bereit, Digga. Hi, Bugs. Lachst du, Melly? Schreibt Erik mir. Als ob du jetzt Hosef gemacht hast. Ich mach dir nicht morgen. Hahaha. Wollen wir picken, gell? Wollen wir picken? Keine Ahnung. Ja, auch, gell. Du musst voll mal ausbiegen. Ich spiel grad nebenbei noch Super Mario Odyssey. Läuft bei dir? Ich spiel nebenbei noch so Pokémon Go. Ich bin heimgelaufen. Warum? Du wolltest mit mir eine Curry-Frikadelle fressen gehen. Höhö. 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 Und dazu Mario Odyssey sieht halt einfach krass. Höhö. 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 Und dazu mach ich mir rückgeln. Höhö. 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 Da stimmt. jetzt leon gehe ich halt ganz alle nach crazy grove leon rei diese bisschen nicht bei grieße rausgesprungen gerade aber ich hab schon gut du nicht weder und bei chester vorne ja zum blog bürger ok oh my god jawohl skr alter was los schon wieder aber diesmal nur nur epic ja man es war kein chess ich hab ihn was so gefunden um ich hab mich für dich ich hab mich nicht wenn ich jetzt wirklich sperma gebannt werde alter mit was man man hört sich nicht hallo meine freunde ich bin jetzt auch war wieder da man hat mich jetzt vorher haben wir haben die kleine die schmerzen ach so dass sie denke ich wäre geistig gestört und rede mit niemandem schluss ich bin Prozent und bei der Bischofan welcher von der die erste so die gestoppte kann die nun kommen und nehmen auch am halt nicht die abwärts ich bin ich habe von einer langen ja ich werde ich auch voll alle gehen ich bin doch nicht genau so wie ich kann da was hier aber auch hat sie haben die das ist dann warum ich katze ab alle ich wollte grad erntschaften mit ding meist gar für grünes stummgewehr weg mache ich hab zwei katzen weil ich die katzen mag nein ich hab mir die katzen hält gegönnt ne und danach waren wir halt beim arzt weil ich die garten seitdem wir die katzen haben die ganze so richtig allergisch reagiert habe das wird dann halt richtig problem war halt richtig problem bruder max kommen bei mich drin ich bin dem in lade ich bin schon die border rennen rennen gerade rennen gerade wo bisschen du was rennen geradeaus aus riesig jump hat gebaut doch das dienst vor allem wenn ich die menschen schrift haben sie angemeldet oder einfach die kraft oder weil er sich dann in die lösst vor allem das bringt einfach nur wenn die Gegner beschwungen so ist so taktisch aber auch fein wenn man doch mit uns ich bin zu sagen die ergelegt weiter macht auch gerade zu da so ich hab schon 200 ja der gleiche skin hat sie tun mein sniper geklautert endlich habe ich mal und da kommt ich immer zudem drei 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 den skin selber ich würde ihn mir holen wenn er jetzt noch im shop wäre oder man die hat mit schlädung das habe ich nicht so wir haben wir brauchen posierende einfach wieder normal abstauber mit selbst aus ja die märz ja der dahin kann sterben an der anderen hielt mich jungen steht leider nein ich habe in der linken greift weil er hat ja wohl zwar sind die mich zu hieler was das ziehen ja ich habe es ja von dem alter die meine ich bin gegangen und er fühlt sich doch ja mann ich hab die ganze zeit gehealt so ein hurenzündiger das verlassen alter die gar zuerst zielt er mich macht so auf best friend und danach der einfach der kann sich der der kann sich ganz genau ist in seinem stadt ab mit seinem hobbylose tanze alter der starke pack skin denn feier ich zwar selber aber diese hohen sohn kann sich halt nicht leichter und da hat er noch die schlechteste tanzen spiel benutzt lebe wird kann so viel ist immer auch luftgitarre elektro schau mir beides ist cool oder dieser neue russische tanzen elektron hat schmeckt er holen können schau mir immer wo ich gefällt habe die rechte alter wenn er raus was hier neue alter ich war treu bleibt die ganze nacht max kannst du hier bis ein code schau mir ein jahren Max trinkt gerade so die oeric ich ich weiß muss treißen ja wie er sagt nur wie gehen das hast du mir also auf dem aktiven ok das nicht nach nur wieder nach krisi klas nur wie sind jetzt nicht so viele weil die uns alle folgen ja eigentlich ich weiß weiß ich versuch es mal kommt wo versuchst du hinzukommen Eide Erik kriegt glaube ich bis zu die zu 19 Tagen keine Dings mehr und er will sich halt unbedingt Battle Pass kaufen hat er gesagt dass um sie vielleicht 10 Euro PSG gewohnt und ohne Medizin auf dem Weg aber dann wohl ich in die 10 Euro PSG aber er gibt mir nichts zurück also ich soll ihm 10 Euro PSG und er will immer die 10 Euro zurückgeben aber ich kaufe ihm als jetzt 10 Euro aber ich will dass er mir kein Geld gibt weil ich Ehrenmann bin okay aber ich mache es nur weil es Erik ist mein Freund äh gell wer ist es wirst rufstuker alter ich hätte noch 2 Slurfs für dich ja okay ich krieg wirklich wenn du dich schuldniss äh trinkt du 2 oder trinkt du big schuldniss und einer von uns beide trinkt 2 ne Max ich hab nur 3 mini schuldniss und 2 Slur bis mit 2 Slur ja aber er war auch im selben dings ja ja wir haben einfach auch zu selbst ja ich und Erich sind Mini Professor für einfach so nennen wir uns Mini Professor äh bei mir ist er auch noch ein Zillkrank großer und da ist noch das Lerb weil es nicht mehr brauchen wir aber auch die Morge Meurer ist Probel die Beidesler und beim Kampel Jombat Jörg ihr erheblich um die Unternehmung der Köhler hat mir Leute habe 2 Umbats mit 2 Prozent diese Grundsorben mit okay ich hab um Medien weil es sich an Pätschern Pätschern erst auf 2 okay er warte um ein paar mal ein bisschen Holz und lasst einmal versuchen Borda zu Kampen so ich schon das Holz zu 100 Holz und vor allem erhebt und zweihundert egal ich habe jetzt genug kommen warte ich auch noch ein bisschen er baut sich noch ein bisschen weiter holz aber und so so kann ich schon und so mit morgen in der ich habe 100 9 ab jetzt genau 200 holz kreik noch mal gucken also auf jeden Fall vor einer Woche noch das war der Aufbau hier noch ein bisschen so zehn Stück 3 4 5 6 7 8 9 10 das reicht von der Runderschoss während des Warnelfte Bastard hat perfekt gepasst heute geht es nicht so der geht hier wurde der allgemein gepätscht nene nur bei jump jetzt geht es halt und das ist ein guter ja es ist belastende und ob die gibt es noch mal so eine neue wohl spielt gab es momentan bisschen also ich habe mir letztes passiert ist diese Automaten erpick herr Wiener haben so zehn Stunden lang habe es halt geschafft eine Kaffee die glaube ich weiter und so an die Brücke leider Herr Wien und jetzt ist es mir auch schon passiert so ich will das manchmal richtig witzig aber manche auch richtig auch bei dem Bieter und noch nicht gelootet dort scheinen wird mal kommt hier gönnt ihr die bahn hier gibt es so rockland davor 300 holz nein ich habe jetzt erinnern ja mon und eine blaue ich brauche metall digga was ist noch was eine blaue Taktik für 300 holz er preinert mit allem an die nur die rot aber mit gut weg auch nicht doch sind ich bin jetzt sehr entgangen für die Stahl Träger an der Branche wie viel Holz hast du ein Stein hast du im Metall und haben gibt mal 100 bp aber auch aber auch mal ein paar Kino ja reichlich Autos um nun wird sie sind was doch und ankommen bei dem Kostetieren 300 hat genug ja ich auch wo ich hier mal über den Woll fällen haben ihn ich muss hier an den Wind schneller reflexe zu bekommen das ist ja nicht die epik nur die farben wurden ja geändert die früher ist eigentlich die blau also die um blau momentan heutige wer früher jetzt die epik halt nur die farben wurden geändert und die grünen tactical wo ich gerade hab die grünen die grünen Hilfe im bestimmten Stoff heilt der Mensch bitte schnell 60 50 40 30 es kommt so ein ehrenmann digger und seitdem das für die Stoffe und der Klinik und so ein Ehrenmann Nr. 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 der Allerwälder sich jetzt aus dem Stadion und er ist mir gar nicht schädlich brauche ich nicht ich habe schon 100 was gab es so 300 stein voll was du holst du hast du holst 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 und man auch nicht damals kommen weil mich ohne warte ist so ein ehrenmann dicker du wirst gerade aufgeschossen ich weiß es ihnen helfen muss ich war ja spaß gott sei dank bin ich nur ein fall der menschen stoppt nämlich sonst als ich nicht nur zu mir schild das bin ich schluss nicht brauche ich habe die erregt wenn er das gar drin ist leon kriegst die dünnen von mir auf aber das meint du das meiner nein 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 um bg ich habe nur ein bg die dünnen die dünnen die dünnen aber toll was solchen bg anfangen warte ich schlürte trinkt die fach weil ich dumm bin du kannst auch beides darfst trinken von mir er habe ich ja auch obwohl ich ein pferd war da ist eine grau weil die grau macht viel mehr schaden wie die andere gib mir lud ich bin blut geil also er hat nur gut geil aber ja nur noch war gerade komet und hat voll und 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 ich habe ich habe ich habe ja einstiger gejagt ja ja moin als ob du geierst mach ich auch immer ich hab zwei nirgendwo und ich bin also wuuu wass up nigger nigger huah oh fuck nein von innen noch dein Ernst egal ich bin tot nicht schlimm oh alter ich hab nur einen Kill gemacht hier ist so schwer Kills zu machen ich bin so schlecht was mein ich bin so schlecht was mein das ist mein das ist mein das ist mein das ist mein ich komme gleich nochmal ok ich gehe kurz äh jetzt weil ich dann nochmal spannend hier muss ein das ist mein und es ist mein das ist mein das ist mein verrückt das ist mein durch ich das ist mein das ist mein der das ist mein Oh, 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 oh. Oh, wassit? Nein! Nein! Was ist das reichen denn? Was schön soll man bleiben? Was ist das reichen denn? Ich bekomme sofort rein. Nein, nein! Alter, da wird's einfach nicht so viel kröschte. Boah. Boah. Ich hab keine Schatone mehr. Oh mein Gott. Max? ... ... ... ... ... ... ... Das war's. 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 Das war's.